So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO bzw. Infofolge. Wir waren heute den ganzen Tag unterwegs im Tierpark in Suhl. Es hat geregnet, das war richtig brutal. Mit den Gummischuhen jede Pfütze mitgenommen. Jetzt heimgekommen, ich freue mich auf die Premiere. 20 Uhr vom Geburtstagswochenende sehe ich im Fanchat. Das August-Update ist da. Aber das, worauf jeder immer wartet, dass wir wissen, wie der nächste Monat verläuft, was für Spotlights gibt es, was für Raid-Bosse gibt es, was für Events, was ist im Feldforschungsdurchbruch drin und so weiter. Obwohl der Feldforschungsdurchbruch ja für die ganze Season eh schon feststeht, deswegen ist es jetzt natürlich nicht so interessant. Aber die Spotlights interessieren meistens die Events, die angekündigt werden für den nächsten Monat, was sonst noch so ansteht. Da wollen wir jetzt kurz drauf gucken, was meine Ziele sind. Werde ich euch auch gleich erzählen. Ihr könnt schreiben, was eure Favoriten sind, was eure Ziele sind und dann schauen wir mal. Momentan ist ja Mega Despo da in den Raids und Riki Drago, das Ganze geht bis zum 4. August, das wussten wir schon im Juli-Kalender, im Juli-Update. Wie geht es im August weiter? Mega Raids steht als erstes hier oben. Mega Raids, Mega Despo da bis 4. August. Wird dann abgelöst von Mega Garados. Mega Despo da ist also eigentlich richtig krass, richtig stark, richtig genial. Macht da unbedingt ein paar Raids, dass ihr es wenigstens einmal mega entwickeln könnt. Dann könnt ihr ja diesen Cooldown abwarten, um es weiterhin mega zu entwickeln. Das kann man immer für Raids nehmen, immer als Gesteinsangreifer, auch Unlichtangreifer. Oder eben um Gestein und Unlicht zu pushen, mehr Bonbons zu kriegen bei diversen Events. Mega Garados, was ab 4. August kommt, ist auch mega stark und mega nützlich. Finde ich sogar, weiß ich nicht, war eines der ersten Mega Raids, die dabei waren, die ich persönlich am meisten gefeiert habe. War auch jetzt schon ewig nicht mehr da. Das Ganze bleibt vom 4. bis 16. August. Mega Garados kann man auch unbedingt mitnehmen. Ist auch mega genial. Abgelöst wird das Ganze vom 16. bis zum 23. August. Von Mega Brutalanda. Und jetzt steht extra nochmal unten drunter, 27. August bis 1. September. Das sind also zwei Zeiten, wo das dann immer läuft. Diese Raids werden am 27. August um 18 Uhr fortgesetzt. Die Raids setzen wahrscheinlich wegen den Go-Festen aus. Denn in der Zeit, wo die Go-Festes sind, sind natürlich dann andere Raids da. Und nach den Go-Festen geht es also dann am 27. weiter. Also 16. bis 23. August Mega Brutalanda. Dann kommen die Go-Fest-Sachen. Und dann habt ihr vom 27. August bis zum 1. September weiterhin nochmal Mega Brutalanda. Was auch mega stark ist. Auch richtig genial. Kann man auch mitnehmen. Alles natürlich als Shiny möglich. Und in der Zwischenzeit vom 23. August bis 26. August, wo Mega Brutalanda nicht in den Raids ist, gibt es Proto-Raid-Kämpfe von Proto-Kyoke und Proto-Growdon. Die waren ja jetzt bei der Höhen-Tour da. Das gab ein Heiden-Chaos. Jeder wollte die haben. Das war alles total hektisch. Jetzt kommen die dann nochmal, also vom 23. bis 26. August. Wer da noch nichts hat, kann jetzt dann nochmal was machen. Sich nochmal Energie holen oder ein gutes Kyo-Kyoke, ein gutes Groudon. Beides auch richtig starke Pokémon, nützliche Pokémon. Auch als Shinies verfügbar. Proto-Energie abgreifen. Also dieser Bereich, Mega-Raids und Proto-Raid-Kämpfe, sieht insgesamt einfach mega brutal und mega stark aus. Wie sieht es bei den normalen 5er-Raids aus? Wir haben Regidrago bis zum 4. August. Dann kommt Kresilja vom 4. bis 16. August. Ist nützlich in der GBL. Ansonsten eher uninteressant. Ich habe einen Shiny, ich habe keinen 100er, ich habe einen 98er. Ich bräuchte davon noch einen 100er. Kresilja jetzt zu Raiden bis zum 100er mag ich aber auch eigentlich nicht. Dafür ist es mir nicht cool genug. Das heißt, Kresilja werde ich gucken, dass ich die XL-Bonbons voll mache. Dass wenn ich bei einem Tausch einen 100er kriege, ich dann das auch auf Level 50 ziehen kann. Wer noch kein Shiny Kresilja hat, kann die Chance hier nutzen. Ansonsten habt ihr Bock auf Kresilja? Braucht ihr das überhaupt noch? Schreibt es mal rein. Ab 16. August kommen dann Evil-Tal und Xerneas. Aber gleichzeitig, das ist jetzt in meinen Augen schon wieder halt ein Problem. Weil die einen brauchen das, die anderen brauchen das. Es geht ein 5er auf. Du weißt gar nicht, was drin ist. Willst dich verabreden, dann springt die Hälfte wieder ab. Also hätten sie es nicht nacheinander machen können. Trotzdem, Xerneas, Evil-Tal. Habe ich beide als 100er, sind auch beide auf 50 gezogen. Da werde ich die täglichen Raid-Passe einfach nur machen. Sind trotzdem zwei coole Pokémon. Evil-Tal, in meinen Augen nochmal nützlicher als Xerneas. Xerneas, wegen den Attacken halt, beides als Shiny verfügbar. Wird viele Leute trotzdem freuen, dass die jetzt wieder da sind. 16. bis 23. August, also genauso lang wie Mega-Bruder-Landa. Und dann eben vom 27. August bis zum 1. September wieder. Also wenn dann diese Proto-Raids weg sind, gibt es dann danach wieder Mega-Bruder-Landa und Xerneas Evil-Tal. Merkt euch das irgendwie, macht euch Notizen, dass ihr das irgendwie so drin habt. Oben steht Pokémon-Go-Fest 23 Global. Die folgenden Raid-Bosse erscheinen beim Pokémon-Go-Fest Global. 26. August und 27. August. 10 Uhr bis 18 Uhr und dann nochmal 10 Uhr bis 11 Uhr. Aber AM und nochmal AA, ich habe keine Ahnung. Also ja, es kommen auf jeden Fall nochmal Proto-Kiokro und Proto-Growdon am 26. und 27. August in den Mega-Raids. Am 27. August dann Mega-Rai-Quaser. Das heißt, es ist wirklich nur eine Stunde. Am 27. die erste Stunde. Beim zweiten Tag des globalen Go-Festes habt ihr die zwei Proto-Typen. Und dann von 11 bis 18 Uhr am 27. August Mega-Raids mit Mega-Rai-Quaser, was dann das erste Mal da ist. Und ihr dann eben raiden könnt mit Shiny-Jagd, mit XL, mit Energie, mit allem hin und her. Mega-Rai-Quaser auch richtig genial. Und dieses Gespann, dieses Trio dort auch einfach musst du haben. Wenn du Pokémon-Go spielst, musst du das haben. Die daraus resultierenden Raid-Stunden sind... Also immer Mittwoch ist eine Raid-Stunde von 18 bis 19 Uhr. Am 2. August immer noch mit Rigi Drago. Am 9. August mit Chrysilia. Am... Das ist ja komisch. Am 16. August, obwohl Evil-Tal und Xenias zusammen da sind, ist die Raid-Stunde nur mit Xenias. Da am 30. August, wo Evil-Tal und Xenias zusammen da ist, nur Evil-Tal in die Raid-Stunde kommt. Am 23. August gibt es eine Raid-Stunde mit Primal Kyokre. Und am 24. August eine mit Primal Groudon. Das ist auch cool. Deswegen sind die ja in dem Zeitraum hier 23 bis 26 da. Ihr habt also am 23. eine Raid-Stunde mit Kyokre. Am 24. eine Raid-Stunde mit Groudon. Dann am 26. und 27. Beide gleichzeitig in Raids drin. Und dann kommt noch Mega-Rei-Quaser dazu. Und es wird auf jeden Fall brutal. Da wird einiges fließen. Da Yendik macht sich die Kassen wieder voll. Rampenlichtstunden. Machen wir als nächstes. Immer Dienstag, 18 bis 19 Uhr Rampenlichtstunden mit 1. August. Wulpix, doppelte Entwicklungs-EP. Kann shiny sein. 8. August. Paras und doppelter Fangstaub. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Paras ist ein Pokémon, was an sich schon mehr Staub gibt. Eine richtige Staubbombe ist. Jetzt noch doppelten Fangstaub in der Paras-Stunde. Das müsste die krasseste und heftigste Rampenlichtstunde ever sein, wenn das wirklich so passt. 15. August. Velursi mit doppelten Fang-EP ist halt C-Day-Pokémon. 22. August. Blutzuck mit doppelten Fang-Bonbons. Und 29. August. Hentara mit doppelten Verschick-Bonbons. Highlight. Weiterhin. Paras. Auch von den Pokémon, wie nützlich irgendwas ist. Gefühlt ist gar nichts nützlich. Also in meinen Augen ist das jetzt alles eigentlich Murks. Aber von dem Boni her doppelter Fangstaub bei Paras ist einfach brutal. Ist einfach heftig. Im Forschungsdurchbruch auch den ganzen Monat weiterhin. Zobiris, Tarnel, Ordok, Quaff, Quaff, FM und Viscora. Alle können shiny sein bis auf Viscora. Monats-Boni. Was ist das denn? Am 1. August. Vom 1. August bis 1. September gibt es mehr Belohnungen für eine Pokémon-Fang-Serie von 7 Tagen. Nämlich 20.000 EP und 10.000 Stau. Und mehr Belohnungen für eine Pokestop-Dreh-Serie von 7 Tagen. Nochmal 20.000 EP. Macht immer jeden Tag. Fangt ein Pokémon, dreht einen Stop. Nach 7 Tagen kriegt ihr einen guten Boni. Und der Boni ist jetzt in dem nächsten Monat nochmal erhöht, dass der noch krasser und noch heftiger wird. Hier unten rechts stehen nochmal die Live-Events, die es so gibt. Das Pokémon-Go-Fest in Osaka plus in London. Beides vom 4. bis 6. August. Und das Pokémon-Go-Fest in New York vom 18. bis 20. August. Wird für die meisten trotzdem nicht so interessant sein. Und weiterhin im August, was wir auch schon angekündigt haben, gibt es Events wie Glitzernder Garten vom 5. bis 8. August. Infovideo ist schon online. Dann die Pokémon-Weltmeisterschaften vom 11. bis 14. August. Äh, 11. bis 15. Da gibt es sicherlich auch wieder einiges für uns. Wird noch ein extra Video sicherlich kommen und ein extra Beitrag. Am 13. August Community Day. Am 19. bis 22. August giftiger Sumpf. Und 26. bis 27. August eben das globale Pokémon-Go-Fest. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ich hoffe, das war jetzt alles. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Also, Forschungsdurchbruch, wie immer gleich. Rampenlichtstunden. Pokémon an sich uninteressant. Aber Paras mit dem Boni, dem Staub. Richtig brutal. Richtig heftig einfach nur. Die Mega-Raits, alle drei, die kommen, sind genial. Die Proto-Raits sind genial. Mega-Raiquaza genial. Groudon, Kyokre. Evil-Tal, eigentlich auch genial. Xenias, sehr beliebt. Trotzdem, Cresselia ist wahrscheinlich der Stinger im August. Aber auch der hat seine Daseinsberechtigung, weil viele das eben für GBL nutzen. Was sind eure Ziele? Auf was freut ihr euch am meisten im August? Es ist so brutal. Also, da muss man schon im Lotto gewinnen. Was ich wirklich also brauche von den Sachen, die im August kommen, wäre trotzdem nur Cresselia als 100%iges. Weil alle anderen Sachen habe ich schon in 100% auf 50. Ob das nun Evil-Tal, Xenias, Kyokre, Groudon oder Raiquaza ist. Die ganzen krassen Sachen. Oder Bruder Landa, Despoda, Garados. Ich bin mit allen guten Sachen durch. Ich muss mich jetzt um den Schmutz kümmern. Ich müsste also Cresselia raiden. Wie weit ich damit gehe, ob ich Glück habe, das sehen wir dann. Auf jeden Fall werde ich die XL voll machen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und denkt dran, 20 Uhr Premiere vom Geburtstagswochenende. Zwei Teile stehen noch aus. Heute und morgen jeweils 20 Uhr. Das wird richtig genial. Das seht ihr ganz viele Leute auch aus der Community von den Zuschauern hier, die extra angereist sind, um zusammen mit mir Geburtstag zu feiern. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Peace out, Vorhaut.